Willkommen zum ersten Meetup im neuen Jahr. Wir haben ein Thema, was wir schon mal vor, ich glaube, anderthalb Jahren einmal gehabt haben, nämlich Content-Strategie, aber das ist jetzt alles aktualisiert für 2018 und ich war damals nicht so zufrieden mit, wie das dann alles aufgebaut war und das habe ich heute komplett anders aufgebaut und ich habe es einfach cool anhand aktueller Beispiele und ich glaube, das wird heute super, einfach einmal, wie man eine neue Seite aufbaut und was man macht, wenn man eine verhunzte Website macht, wie man sie wieder hinkriegt zu dem, dass sie gut rankt. Weil es haben sich einfach in den letzten Jahren viele Sachen in Content-Aufbau und so weiter verändert, aber über das quatschen wir jetzt dann alles. Zuerst einmal eine kurze Übersicht, einfach einmal, was heißt SEO-Content-Strategie in 2018, weil es heißt einfach nicht mehr das Gleiche, wie es in 2009, also wo ich angefangen habe, war das Spiel einfach komplett anders. Also es ist vorrangig darum gegangen, einfach viel Content zu publizieren und wir sprechen jetzt dann darüber, was hat sich, es ist einfach alles viel mehr High-Level, deswegen heißt der Termin Next-Level-Content-Strategie, weil es ist einfach nicht mehr das Spiel von, es sind alles Amateure und jeder publiziert einfach so viel Content, wie er kann, sondern es ist viel mehr, und da werdet ihr jetzt dann auch an Beispiele sehen, ein paar, die was aus, also in keinem Verhältnis riesige Erfolge binnen ein Jahr aufbauen und das werden wir jetzt dann sehen. Dann schauen wir uns zuerst einmal an, Strategieentwicklung, Content-Strategieentwicklung für eine neue Webseite, dann wie wir das machen, wenn wir eine bestehende Webseite haben von Kunden, die von Kunden strukturiert worden ist und dementsprechend nicht gerade ideal ist, dann schauen wir uns an, wie man Content mit einfachen Mitteln bewerben kann, und da habe ich wirklich so simple Taktiken, die sollen nicht heißen, heute werden alle Themen unter der Sonne besprochen, sondern es wird natürlich alles vorrangig aus SEO-Perspektive, weil es das ist, wo man am meisten guten Traffic online generieren kann. Und zu guter Letzt machen wir eine kurze Zusammenfassung, Key Takeaways, einfach so Sachen, die wer sich gerne hätte, dass ihr es heute von dem Termin mitnehmt. Und wieso machen wir den Termin heute? Und zwar, weil der Gary und ich zwar unglaublich gute Beispiele kürzlich gesehen haben, für was Content-Marketing ausmachen kann. Erster Beispiel ist liebscherpracht.com. Ihr könnt es euch dann daheim einmal anschauen, sehr gutes Beispiel, das sind so Schmerzexperten, also egal ob du Rückenschmerzen, was auch immer du für Schmerzen hast, die helfen dir. Und eben die Domain hat ein Domain-Rating von 61. Also kann man vergleichen mit einer Zeitung, hat aber nie wirklich performt. Also die waren Anfang des Jahres, Anfang 2017, waren sie bei einem Traffic von nach Ahrefs 24.000 Organic. Das ist mit einem Domain-Rating von 61, ist es traurig, extrem traurig. Und wie man sieht, haben sie dann wahrscheinlich, also unserer Meinung nach, entweder Content-Marketing-Agentur oder SEO-Agentur angehört. Eher SEO-Agentur, weil man, wenn man sich das anschaut, es sind ein paar spammy Sachen. Und die haben sie ihren Traffic in, sehe ich jetzt eh, circa neun Monaten verzehnfacht. Und einfach mit so Best-Practice-Zeug, wo wir eh schon so oft drüber geredet haben, mit, dass du umfangreichen Content, gut strukturierten Content, liebevoll aufbereiteten Content publizierst. Und sie haben jetzt nicht so die Konkurrenz so leicht überholt, nein, sie haben die Konkurrenz im Boden gerammt. Also ihre Konkurrenten sind so Sachen wie Netdoctor und so weiter, das sind jetzt alles nicht die totalen Loser. Aber die haben nicht einmal in tausend Jahren, wenn die gegen Liebscher gebracht, in der Nische, in dem Bereich wieder konkurrieren können, wenn sie nicht da aufholen. Und dann das zweite Beispiel ist studyhelp.de. Was die machen, sind Abiturvorbereitungen. Und das ist überhaupt das allerbeste Beispiel, weil das ist ungefähr so wie jetzt eben ein Beispiel, ein Affiliate-Projekt von Gere. Das ist so, wie unsere Projekte dann abgehen von, sie haben null Traffic gehabt im Januar 2017 und jetzt sind sie dann bei fast 150.000. Und Ahrefs ist immer unterschätzt, gell. Also du kannst immer sagen, dass Ahrefs sagt, hey, du hast 150.000, kannst 20 bis 30 Prozent organic draufschlagen, weil sie natürlich den Ultra-Longtail nicht mit reinrechnen, weil das nicht in ihrer Keyword-Datenbank drin ist. Was haben die gemacht? Ganz klassisch, haben wir auch schon tausendmal darüber geredet. Content super strukturiert in Silos, wo wir eh heute drüber reden werden. Dann haben sie dazu, zu jedem Content, den haben sie liebevoll aufbereitet und dann alles noch mit Videos genau erklärt, wo du wirklich, wo ich mir gedacht habe, wenn ich da Matura gemacht hätte, dann hätte ich einfach nicht in die Schule gehen können, sondern ich hätte mir die Videos angeschaut und hätte in der halben Zeit das alles gelernt. Die haben einen Konkurrenten gehabt, der was eigentlich den Markt ganz gut dominiert hat. Und sie haben jetzt innerhalb von einem Jahr haben sie einen komplett der-rankt, also auf jeden Fall nirgends mehr vor einer von nichts. Haben nur ein Domain-Rating von 48. Das heißt, ich wollte einfach ein bisschen das Beispiel, die haben wirklich viel, die haben einfach Content-Marketing auf ein starker Domain gemacht, aber die haben Content-Marketing auf eine Domain gemacht, die jetzt nicht unglaublich viel Juice hat. Also 48, viele Webseiten haben 48. Das ist eher so eine Durchschnittszahl von Domain-Rating. Und ja, ihr seht jetzt auch die Keyword-Zahlen einfach crazy. Und das sind jetzt nicht Märkte, wo nicht viel, also der Schmerzmarkt, unglaublich viel Geld drin, wie auch der ganze Abitur-Vorbereitungs-Dickhose, was da verkauft werden. Das Beste bei einem ist, ihr Konkurrent ist ein Spezialist, das heißt, er macht nur Mathe-Vorbereitungs-Kurse, und sie sind Generalisten, machen alles komplett trotzdem, obwohl eure Relevanz komplett vom Boden gefegt, einfach weil der Content. auf so einem besseren Level ist und so viel cleverer ausgearbeitet ist. Und da kommen wir auch schon zu unseren Mindsets für Content-Strategie-Entwicklung in 2018. Und zwar, und das ist das, was Kunden immer ungern hören, ist, wir publizieren nur strategisch Content. Wie läuft klassischerweise ein Unternehmens-Blog? Leute recherchieren einfach irgendwelche Themen, also so oft ist es bei uns wirklich bei großen Kunden, die, wo ihr die Brand beim Namen kennt, die publizieren einfach Content. Also da ist irgendjemand, der hat einfach Ideen und die werden einfach umgesetzt. Also da ist nicht, oh, ist da Nachfrage für das Keyword? Oder, oh, was ist mein Ziel mit dem Content? Und wie ist das auf die Zielgruppe? Nein, das ist einfach so, die Themen klingen ganz cool und das ist aktuell, bam, 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 wird einfach rausgeklopft. Das heißt, die schmeißen unglaublich viel Geld und unglaublich viel Zeit und unglaublich viel Mitarbeiterstunden außer nur, weil sie halt einfach, es ist in den Köpfen von den Leuten immer drin, ja, wir müssen Content publizieren. Es muss laufend Content publiziert werden, was Bullshit ist. Also, du musst nicht laufend Content publizieren, du musst Kunden content publizieren und dann kannst du den Content pflegen und erweitern und was auch immer promoten. Aber du musst nicht die ganze Zeit einfach Schrott-Content raushauen, weil wer exaktes Spiel ist, wer so viel wie möglich Content publiziert. Dann, jedes Content-Piece, was wir produzieren, ist so hochwertig wie möglich. Also natürlich, je nachdem, was ich für Ressourcen habe. Wenn ich die Ressourcen habe, dann mache ich einfach, es wird sich immer rechnen, dass, wenn der Content liebevoll einpflegt ist und es wird sich dann auch die Beispiele, die zwei, wenn ich die eigentlich daheim anschaut, es wird sehen, die machen es einfach wirklich zehnmal besser wie die Konkurrenz und bis die das aufgeholt haben, da bist du schon wieder auf einem ganz anderen Level und das soll ein bisschen das Mindset sein. Also, dass du investierst in etwas, was dann ja nachhaltig ist, weil der Content, den verlierst du ja nicht. Den wirst du mal aktualisieren müssen, je nach Thema, aber sonst passiert ja nichts mit dem. Dann, zu jedem Content-Piece, was wir publizieren, es hat irgendeinen bestimmten Zweck. Der Zweck kann sein, ich will damit ein Keyword abdecken, um ein Keyword zu ranken. Der Zweck kann sein, das publiziere ich, damit ich Links generiere, also es ist eher so Link-Paid-mäßig. Als Beispiel kann es sein, es kann ein Social-Paid sein, das heißt, es soll auf Social Media funktionieren oder es kann etwas sein, was ich über Facebook-Advertising promote, aber alles, was ich publiziere, hat irgendeinen Sinn. Nicht so, wie es meistens ist. Ich mache einen Blog, wo ich einfach Themen überlege und Content publiziere. Das ist nicht, wieso solche Firmen dann so abgehen. Dann, aber das ist schon seit, würde ich sagen, zwei Jahren ein riesiges Problem, Low-Quality-Pages können das Ranking-Potenzial hemmen. Und da gibt es viele Studien dazu, wo riesige Brands, zum Beispiel ihre Seitengröße, also die haben, sagen wir mal, 10.000 Unterseiten gehabt und dann haben sie gesagt, hey, wir komprimieren es auf 5.000 runter und wo dann, auf einmal haben sie viel mehr Traffic gekriegt von Google, weil die durchschnittliche Qualität pro Seite raufgegangen ist und der ganze Crap, den Google trotzdem ja crawlen hat müssen, das heißt, ich habe Google Ressourcen gespart, plötzlich ist der Traffic raufgegangen. Und das ist eine Strategie, wieso ich glaube, es ist gescheit, eine kleine Seite zu bauen, wo jedes Content-Beast irgendeinen Sinn ergibt. Also ich mache eine riesige Seite, wo einfach ich mache die Strategie wie eine Zeitung und ich publiziere einfach irgendwas die ganze Zeit. Und was zu guter Letzt, aber das geht eh Hand in Hand mit dem allen, wenn ich durch, wir haben da jetzt eben gerade ein gutes Beispiel, die publizieren 500 Artikel im Monat. Wenn ich 500 Artikel im Monat publiziere, wie werde ich den Content jemals aktuell halten, wenn ich da aktuelle Sachen schreibe? Werde ich dann ein Archiv machen, wo ich das Ganze reinmühle? Das heißt, das sind Sachen, die was Google crawlen muss, obwohl die keinen Mehrwert haben, nicht einmal mehr für die Kunden. Oder ist es nicht viel sinnvoller, mir alles so zu überlegen, dass ich das, sagen wir mal, recyceln kann. Ich habe ein Content-Beast, wenn es nicht mehr aktualisiert ist, äh, aktuell ist, dann überarbeitet es halt, lass es auf der gleichen URL und über das werden wir noch reden, weil das ist der Trick, wo du richtig damit abgehst. Das ist zum Beispiel Berlin.de, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel für das, was die machen, die publizieren kreuz und quer. Also die haben Artikel über Zahnafhellung, Artikel über alles unter der Sonne, was es so gibt. Und was die immer tun, die dann regelmäßig, also jetzt ja oder so, die die Content-Beasts aktualisieren und durch die Domain-Authority und so weiter, die ranken in Nischen, wo du denkst, wieso sollt Berlin.de für Zahnafhellung ranken? Und das ist voll lustig. Und da werdet ihr sehen, ähm, das ist eines von den Themen, was wir dann reden, ich will eigentlich immer aktualisieren den Content und unter der gleichen URL lassen und das ist noch viel wichtiger, als wie es jemals zuvor war. Passt. Dann, das ist dann der nächste Meetup, erst aber kurz schon einleitend zum nächsten Meetup, Mindsets für Content Creation. Die Suchintention steht wie immer im Mittelpunkt, das heißt, ähm, ich tue nicht unternehmens-driven Content kreieren, sondern user-driven, nämlich was einfach meine Zielgruppe sehen will und gibt es dann halt den Twist, damit es meine Unternehmensziele erfüllt. Dann, ich schaue mir immer an, was rankt bereits in den Top 3 und damit werden so viele Fragen gecrushed, die, was mir die Leute andauern, fragen zum Beispiel, Alex, ähm, wenn du sagst, Cornstone Content, hast du jetzt, dass ich einen Artikel über Gesund Abnehmen mit 10.000 Wörtern schreiben muss? Nein. Wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt Cornstone Content Gesund Abnehmen und da drunter kommt Frühstück zum Gesunden Abnehmen, dann, bei Gesund Abnehmen schaust du einfach, dass so, wie die Top 3, halt den Content, hast die Content Länge und dann kannst du eh wieder unterteilen. Schau dir einfach an, was rankt und orientier dich an dem. Du kannst es ja immer besser machen, aber länger ist auf jeden Fall, länger ist meistens besser, aber unendlich lang ist nicht gut. Also 10.000 Wörter, viel Spaß, das liest da kein Mensch, außer du bist da auf Medium.com oder so und das ist ein Rant über, wieso WordPress Gutenberg scheiße ist oder irgendwas. Passt. Nur Text ist nicht länger genug, das sieht man jetzt an den Beispielen wie der, ich vergiss immer, wie heißt, Study Help und Lieb irgendwas, Liebrecht, Pracht, irgend sowas, die machen alle auch Video Content und das ist auch das, was sich am meisten unterscheidet von den Konkurrenten, sie bereiten nicht nur den Content liebevoll auf, sondern haben auch alles noch zusätzlich erklärt mit Video. Heißt das, dass ich nicht ranken kann, nur mit Text, nachhast es nicht, aber es ist ein riesiger Vorteil und Video ist einfach nicht so eine große Investition wie alle tun. So schwierig ist es nicht und so viel Zeit, du bist drin, kannst du die ganze Zeit Videos machen, so wie ich und der Benni. Passt. Dann, weil ich gesagt habe, längerer Content, vollständige Antworten steigern die Chance zu ranken erheblich. Damit meine ich, wenn ich einen Post mache über gesund abnehmen, dann decke ich alle oberflächlichen Themen ab und die Themen, die ich nicht in dem Artikel abdecken kann, verlinke ich einfach wieder auf einen Unterartikel. Dann habe ich sie gesund abnehmen, Ernährung und da gibt es wieder drin gesund abnehmen, Frühstück, gesund abnehmen, Mittagessen und gesund abnehmen, Abendessen. Das heißt, ich strukturiere es, aber ich gebe dem User eine vollständige Antwort zu dem Thema. Zum einen ranke ich dann besser für das Main Keyword oder das Shorttail Keyword, aber ich ranke auch gleich für die Zwischenüberschriften, vor allem wenn ich mit Inhaltsverzeichnissen arbeite. Dann, schon abgeleitet aus unserer letzten Folie, weniger neuer Content, dafür hochwertige Content Pieces. Und das sollte ja für jeden das Befreiendste aller Zeiten sein, dass es nicht mehr ist, boah, ich muss jeden Monat 40 Blogartikel publizieren, weil die Konkurrenz macht das auch und sonst kann ich nicht mithalten, sondern es ist vielmehr, ich publiziere im Monat zwei Blogartikel, aber dafür decken die das Keyword für was die ranken sollen perfekt ab und ich weiß, den Artikel brauche ich nur einmal in Folgejahren aktualisieren, vielleicht bin ich in einer Branche, wo ich das gar nicht machen muss, aber dann kann ich ja trotzdem schauen, wie könnte ich es machen, dass er besser performt oder mit neuen Bildern aktualisieren, was auch immer, aber dass das ein Prozess wird, wo du Qualität schaffst und diese Qualität pflegst, versus wo du einfach, es geht nur um Masse. Passt, das haben wir jetzt eh schon kurz gesagt, aber ich will es kurz wiederholen, alles was wir heute in dem Kontext reden, geht um Content, den wir publizieren zur Keyword-Abdeckung, das heißt um ein bestimmtes Keyword zu ranken, um ein linkable Asset zu kreieren, das heißt etwas, was entweder sehr leicht verlinkt wird, wenn ich es promote oder was natürlich verlinkt wird, kann zum Beispiel irgendein Informationsbeitrag sein, wo es zu dem Thema noch nichts gibt, also das beste Beispiel war ja von elazwirn.com von unserem Affiliate-Projekt, wir kriegen da natürliche Wikipedia-Links, weil so ein in-depth Content gibt es zu dem Thema noch nicht, auf einer Seite, die jetzt für uns sonst nicht rankingrelevant ist. Oder eben Socialbait, das heißt die URL soll auf Social Media performen, entweder indem ich das share und das geht voll viral, wie gesagt, das ist mein unliebster Punkt, weil das ist das unkontrollierbarste von dem allen, oder ich promote es über Facebook-Ads und es ist so gemacht, was funktioniert auf Facebook, alles was super oberflächlich und ein bisschen dämlich ist, also sowas wie die acht besten Tipps, wie du bla 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 machst, irgendeine dumme Liste halt, klassisch was Leute so, wenn sie in so einem Facebook-Mut drin sein, halt lesen können. Passt. 2009 versus Content heute und ich finde den Vergleich einfach so, der Kontrast könnte extremer sein, wo ich angefangen habe mit SEO, war es immer so, ich will zu jeder Permutation von einem Keyword, sogar wenn die Wörter noch umgedraht sein, will ich eine eigene Seite machen, wo in der URL das Keyword so drin ist und wer der König in dem Bereich war, war Ebay, die haben zu jeder alles automatisch generiert und zu allen gerankt, die sind dann eh für das gecrushed worden manuell, aber das war, wie man alles gerankt hat und das war die ultimative Taktik, das heißt, wenn ich ranken wollte für Zahnaufhellung und für Bleaching, was ein und dasselbe Ding ist, nachher habe ich zwei Seiten machen müssen, wo eigentlich der gleiche Content ist, was komplett sinnlos ist, damit ich da überhaupt ranken kann. Stimmt heutzutage immer noch ein wenig, das heißt, wenn ich zu viele Keywords kann mit einer Seite nicht abdecken in der Regel, aber so wirklich totale Synonyme easy peasy. In 2018 oder was wir jetzt einfach sehen, auch schon letztes Jahr, die kleineren Seiten, das werdet ihr auch bei den zwei Beispielen sehen, kleinere Seiten mit einer höhen durchschnittlichen Content Qualität skalieren so viel besser und ranken so viel schneller und alles geht viel leichter und so weiter. Und natürlich sind sie viel flexibler wenn ich so eine Seite habe mit 10.000 Seiten allein die Verwaltung von der Seite ist schon wahrscheinlich 10 Fulltime Jobs versus ich aber kleine Seite wo jede einzelne Seite perfektes Thema abdeckt alle Unterthemen behandelt das kann sogar wahrscheinlich wenn es 100 Seiten hat auch einzelner pflegen dann Google versteht in den meisten Fällen ganz wichtig Kontext weil manchmal verstehen sie nicht weil es halt manchmal passieren kann zum Beispiel das ist jetzt nicht auf das Beispiel zutreffend aber damit es kann passieren dass Zahnreifällung und Bleaching sein ist das gleiche Wort also ist ein Synonym und trotzdem hat es unterschiedliche Suchintentionen weil Leute mit Wörter unterschiedliche Sachen verbinden und in so einem Kontext wird Google trotzdem andere Sachen ranken weil für sie ist der Kontext anders weil die Suchintention anders ist das heißt Keyword Recherche ist immer okay aber haben wir das letzte Mal darüber geredet und Ziel bei einer neuen Webseite wenn wir jetzt von einem Kunden die Webseite kriegen unser Ziel ist Content Komprimierung das heißt wir haben jetzt gerade einen Blog der geht um Yoga und mein Ziel ist dass ich von 300 Blog Artikel die was sie geschrieben haben und wo es voll alle stolz drauf sind auf 100 bin in kürzester Zeit gekommen das heißt zwei Drittel lösche und redirect auf jeweils dann das Hauptthema ja sind viele nicht begeistert davon aber es rankt so viel besser wir haben das gleiche gemacht mit Abnehm Tips for you relaunched auf iShape sind wir von 400 Seiten auf 100 Seiten gegangen bam plötzlich hat gerankt so und jetzt schauen wir uns wirklich konkret Content Strategie für eine neue Webseite an und das ist natürlich der Idealfall wenn ich eine neue Webseite planen kann kann ich alles richtig machen und muss mit Kompromisse eingehen die was dann später wieder irgendwelche riesigen Nachteile haben was ist da der grobe Ablauf ich mache meine umfangreiche Keyword Recherche wo ich mir alles anschaue Such Intention was sollte der Content Typ sein mit dem ich rank soll das ist was ist so und so also so Informationsbeitrag ist es eher Ratgeber wo ich erkläre einen Ablauf etc das überlege mir alles vorher dann priorisiere die Keyword Liste basierend auf meine Ziele weil meine Ziele können sein Traffic und Impressionen das ist nämlich ein ganz anderes Ziel das ist so etwas wie Fit for Fun hat die haben nicht das Ziel dass sie jetzt full conversions gehen sondern sie sogar Artikel aufteilen auf mehrere Seiten damit sie maximale Impressions kriegen damit sie maximal viel Werbedisplay verkaufen können das kann mein Ziel sein dann muss ich auf bestimmte Keywords gehen dann gehe nur auf High Volume Short Tail aber kann natürlich auf irgendwelchen allgemeinen Bullshit gehen der was in 1000 Jahren nicht konvertiert aber ich muss ja nur Werbeflächen verkaufen das heißt das kann auch mein Ziel sein wenn ich natürlich das Ziel habe dass ich was verkaufe werde ich auf Keywords gehen die was in der Customer Journey auf dem Pfad schon zumindest ein bisschen weiter runter sein damit es besser konvertiert aber ich kann ja ganz unterschiedliche Ziele haben ich kann auch Keywords haben wo es mein Ziel ist dass ich für die Non-Commercial das heißt jeder wird es immer wieder verlinken und sie haben einfach unglaublich viel Macht sich erarbeitet mit den besten SEO Linkbait auf dem Planeten passt eben ich analysiere die Suchintention bestimme den Content Typ und dann geht es eh schon los und deswegen ist das jetzt alles auf Level 3 Entwicklung der Seitenstruktur das Keyword Mapping und die Keyword zu ein Thema zu weisen das geht alles Hand in Hand weil natürlich wenn ich nicht weiß wie ich das Keyword abdecke kann ich auch nicht wissen wo es in meiner Seitenstruktur sein muss das ist ein Prozess wo man einfach wo alles sich vermischt ich meine schönen wunderschönen Keyword Listen die was gescrubbt sein wo der ganze Müll weg ist ich habe nicht die klassische Keyword Liste so wie wir von den Kunden kriegen nämlich wo alles von 80.000 searches bis 10 searches drin ist das kann kein Mensch sondern man hat es aufgeteilt schon in die Keywords keine einsam die keine einsam die keine einsam die decke alle mit einer Seite ab das heißt das ist mein Startpunkt und dann fange an was ist jetzt Priority Nummer eins was ich ranken sollte damit ich meine Ziele erreiche Keyword Priorisierung ist etwas was ich so oft sehe was keiner macht Keyword Priorisierung gute Keyword Priorisierung kann ich nur machen wenn ich weiß ob es converted und ob es converted weiß ich nur wenn ich AdWords geschalten habe das Geld muss in die Hand nehmen passt für meine Content Strategie grundsätzlich wenn wir jetzt über Leute die nicht Publisher sein und wie Fit for Fun von Impressionen Leben grundsätzlich die wichtigen Keywords für mich als CEO egal ob ich Affiliate bin oder einen Onlineshop habe sind natürlich Commercial Keywords das heißt der Nutzer sucht nach einem Produkt oder Dienstleistung er will sich die Lösung genauer ansehen und er ist schon relativ weit in der Customer Journey Beispiel Eichenbett er weiß schon oder er ist schon beim überlegen ob er sich ein Eichenbett kauft und jetzt will er vielleicht Bilder sehen von Eichenbetten oder er will schon Produkte bei Shops sehen da ist natürlich nicht so viel SEO Potential drin also natürlich es gibt sowas wie Eichenbett kaufen und so weiter aber das Volumen ist relativ gering Eichenbett ist da eh schon noch halbwegs gut dabei mit ein paar 100 Searches aber das Interessante sind die Informational Keywords wo einfach der Großteil Informationen zu ein Thema das kann sein zum Beispiel Wohnideen dann bin ich ganz oben die Chance dass ich als Onlineshop rank für Wohnideen und der kauft dann in meinem Shop ist schlecht das heißt es soll schon ein bisschen closer sein aber damit ihr versteht was unsere Keywords sind auf die wir fokussieren wenn wir jetzt ein ganz normaler Webseiten Betreiber sind und da kann ich klassische eine Frage das heißt wie lange dauert es bis meine Backlinks einen Effekt haben oder er will sich beraten lassen das heißt zum Beispiel worauf muss ich achten auf der Suche nach der perfekten CEO Agentur was für Fragen muss ich stellen kann ich alles publizieren und hat alles extreme Relevanz für dass es dann converted weil ich kann beeinflussen ich kann seine Meinung an frühen Punkt in der Customer Journey beeinflussen weil da sucht er einfach mal nach hey was kostet CEO und auf was muss man eine Agentur achten und wenn er den Beitrag gelesen hat dann habe ich gewissermaßen sein Mindset bestimmt wenn er sich nicht auskennt dann hat er sich bei mir weiter gebildet das heißt alles was er denkt ist das klingt voll manipulativ aber es ist das was ich mir überlegt habe und was wir im letzten Termin also bei dem vor eineinhalb Jahr komplett weggelassen haben und was so wichtig ist der Ranking Timer und der Ranking Timer ist das dass fast keine Seite und immer mit Seite nicht Webseite sondern URL keine Seite die etwas weniger als ein Jahr im Index ist wirklich für einen Shorttail Top Keyword ranken kann das ist hart und das wird nur schlimmer da es jetzt gerade eine Studie ergeben von Ahrefs und von Serp Woo und da haben sie gesagt Domain Age es geht ja vor allem um das Linkrophil Age aber wenn du jetzt über riesige Datenmengen schaust es passiert so selten dass eine neue Seite auch wenn es auf einem alten Domain ist publiziert wird und dann innerhalb eines Jahres rankt für Top Keyword passiert grundsätzlich nicht das heißt was will wenn wir einen neuen Kunden kriegen ich will so schnell wie möglich schauen dass sie für jedes Keyword was ich ranken will es geeignete Content Piece hat das heißt mein erstes Ding Content mäßig ist dass ich flächendeckend alle Keywords abdecke und dann kann ich mir überlegen wie ich das Promote und was ich für Strategie fahre und so weiter aber als erst damit der Timer gestartet wird Abindexierung muss ich natürlich den Content kreieren und online schalten und ja es ist voll übel und ich bin auch nicht begeistert dass es so ist aber das ist der einzige Ansatz der was derzeit funktioniert weil wir haben gesehen auch wenn du in einer Nische schon ein bisschen Autorität bist trotzdem du rankst einfach nicht so schnell die Zeiten sind vorbei wo du schnell nach oben rankst du rankst dann schon auf Platz 15 aber wir wissen eh wie gewaltig es ist auf Platz 15 ranking wie viel Umlauf für Traffic du auf Platz 15 kriegst genau ist jetzt super einfach Tipp den was wahrscheinlich eh die meisten schon kennen immer wenn es neuen Content publiziert egal ob es eine starke Domain oder schwache Domain habt in der Google Search Console die was gerade relaunched ist Abrufe wie durch Google spart man sich schon wieder Tage die was man sonst verliert bis es gecrawled und indexiert wird und dann unterhalten wir uns über Relevanz Maximierung als Teil der Content Strategie und da gibt es schon ein Video dazu und es basiert auf dem Ansatz dass Relevanz meistens Autorität bei Google trumpft das heißt wenn ich der Spezialist bin wenn ich nicht alles falsch mache kann ich mit weniger Autorität an Generalisten outranken deswegen sagen wir oh mein Gott was macht man wenn Amazon rankt in meiner Nische dann sage ich wenn Amazon rankt dann ist es easy peasy wenn die Top 10 kommen dann kommt jeder in die Top 10 das heißt das ist mein Mindset über die Jahre auch wenn Net Doktor in einer Nische rankt wo sie jetzt nicht die sind super riesig und haben 1000 Millionen Themen wenn sie nicht jetzt gerade ein Fokus Thema für einen haben den kannst auch outranken obwohl die Domain Rating 70 oder so und auch guten Content haben kann die trotzdem outranken weil ich der Spezialist bin das Problem aber ist bei viele kleine Seiten trotzdem dass sie sehr flach sind d.h. sie haben nicht hierarchie und nicht strategisch den Content publiziert sondern sie haben da ein paar Landingpages und da haben sie den Blog der sowieso noch ein Mischmasch Primborium ist und sie haben sich nicht überlegt was wäre der beste Relevanzfluss so wie es ein gutes Beispiel ist bei Ela Zwirn oder iShape wo die Struktur logisch ist so sogar wenn du die Website warst noch Nahrungsergänzungen und da sind die Nahrungsergänzungen drin und so wie ihr einen Shop vorstellt das heißt auch wenn ich eine Content lastige Seite habe sollte Siloing machen wie Shop das heißt ich habe eine Kategorie Massiv Holz Möbel und darunter ist die Kategorie Massiv Holz Betten und darunter ist die Kategorie Zirn Betten etc das heißt ist alles so durchdacht ist viel leichter zum Beispiele vom Anfang die machen das auf einer gewissen Ebene dass sie versuchen alles schön zu strukturieren am besten sieht man das bei Studyhelp die haben dann Geometrie und dann haben sie die ganzen Themen zu Geometrie haben sie darunter und wir haben sie gesehen über 150.000 Besucher und das ist noch tief geschätzt innerhalb von einem Jahr und der Vorteil es ist für User logisch und skalierbar und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an passt dann schauen wir uns mal die Grundlagen an zu Content Silos also wir wollen relevante Inhalte gruppieren es ist letzten Endes es wird es ist Hausverstand aber es wird es sicher nicht auf einer Website gemacht haben deswegen ist doch nicht Hausverstand ich will relevante Inhalte gruppieren und dazu wir reden von WordPress dazu eignen sich Beiträge meiner Meinung nach nicht weil ich kann nicht gestackte URLs machen ich kann schon machen dass in der URL ist meine Kategorie drin aber wir wissen alle Kategorien in WordPress sind scheisse Tags in WordPress sind scheisse und das generiert genau die Seiten die wir weg haben wollen die ganzen rehashed low quality crap für den was Google uns strafft deswegen ich sage immer wenn ich eine WordPress Seite ja ich verwende nur Seiten dann ist alles okay dann kann ich das machen was ich machen will natürlich dann habe ich ein paar Vorteile von den Loops nicht aber das ist mir wurscht dann wollen wir unterschiedliche Themen Silos isolieren das heißt wir wollen nicht unbedingt von einem Silo gesund abnehmen und das sind Unterthemen und wir haben ein Silo Fitness dann will ich nicht kreuz und quer zwischen Silos ranken weil das reduziert meinen Relevanz Fluss außer es ist dringend nötig und wie realisieren wir das durch Seiten Struktur und interne Verlinkung vom Content und so weiter und das werden wir super konkret durchgehen Beispiel für den Aufbau ich habe mein Cornerstone Content Gesund Abnehmen das Beispiel haben wir eh schon gemacht ich habe meine Supporting Page Gesund Abnehmen Frühstück der was drunter ist in der Ebene Gesund Abnehmen Mittag Essen Gesund Abnehmen Abend Essen aber ich kann natürlich in dem Silo wo der Top Gesund Abnehmen ist nur ein Sub Silo machen Gesund Abnehmen Ernährung und da klappe ich das rein und dann könnt ihr Gesund Abnehmen gibt ein Part Sport und ein Part Ernährung und ein Part Lebensmittel also das ist schlecht müssen wir anders machen weil das ist kein Ernährungs Silo aber wisst was ich meine das war jetzt on the fly voll schlecht gesielot und als URL wird es dann ausschauen Gesund Abnehmen Gesund Abnehmen Frühstück das habe ich da unten eh schon dazu geschrieben wieso habe ich nicht geschrieben obwohl das Keyword ist Gesund Abnehmen Frühstück dass ich geschrieben gesund Abnehmen Frühstück weil Wortwiederholungen in der URL sind eine Panda Flag mit Panda Flag meine wenn du das machst wirst du nicht abgestraft von Panda aber es ist ein Flag und wenn du genug flags hast dann wärst angestraft und das sind einfach so Sachen die ich nicht mache weil ich prinzipiell auch will dass die URL so kurz wie möglich und so shareable wie möglich bleibt was und dann für die, die etwas in-depth lesen wollen, da mache ich dann einen eigenen Artikel dafür. Ich muss nicht alles in einem Thema abdecken. Und diese Struktur, da baue ich mir eh schon wieder den Relevanzfluss. Alles gibt von super generisch zu super fein, alles gibt den Juice weiter, vielleicht auch noch mit einem perfekten Ankertext. Und das ist, wie du crazy Results schaffen kannst mit einer relativ kleinen Seite im Verhältnis zu einer Seite, die etwas alt ist und was sie 10.000 indexierte Seiten hat. Weil grundsätzlich, wenn du darüber nachdenken würdest, wie willst du jemals so die, die da sitzen, mit jemandem kompieten, den es 15 Jahre lang gibt, er hat 15.000 Seiten im Index und er hat allein 20 Texte angestellt, die was die ganze Zeit Content produzieren. Den kannst du nicht besiegen, außer er hat halt den Nachteil, er kann solche Sachen niemals machen. Also, wie schwierig ist es, so etwas umzusetzen bei so einer Seitengröße? Weil wenn er relauncht, dann verliert er zwischendurch so viel Traffic, dass er in Flammen aufgeht. Das heißt, außer du machst das von Anfang an richtig oder der Seite ist nicht allzu groß, bist so ziemlich gestrafft und wirst es dein Leben lang mitziehen. Passt. Dann noch kurz nochmal auf den Punkt Isolation oder das Isolieren, was wir gesagt haben, eingehen. Vom Cornerstone Content, das heißt, von meinem Gesund Abnehmen, verlinke ich natürlich auf meine Supporting Pages. Das heißt, wenn ich das bei ishapely.de dann anschaut, wir haben dann so zum Beispiel die Seite Diätplan, die rankt zum Beispiel in Deutschland auf Platz 6 für Diätplan, obwohl es eigentlich nur Übersichtsseiten ist für unterschiedliche Diätplane, was sie Klicks, Diätplan, Paleo, Diätplan etc. Aber es trifft genau die Suchintention, weil die, was nur Informationen über was gibt es für Diätplane wollen, trifft genau die Suchintention und die, die was dann weiter was haben wollen, finden das auf der Seite, ist perfekt relevant verlinkt. Dann die Supporting Pages, das heißt, die Unterseite von Mein Silo, sind untereinander verlinkt logischerweise. Das mache ich typischerweise einfach interne Verlinkungen aus dem Content oder Related Posts. Dann die Supporting Pages verlinken natürlich über die Breadcrumb nach oben, deswegen brauche ich immer Breadcrumb, weil das untereinander verlinken ist meine horizontale Verlinkung und das andere ist meine vertikale Verlinkung. Und wenn es natürlich jetzt, weil ich es jetzt auch bei ishapely zum Beispiel sehen, wenn es wirklich Sinn macht, kann man natürlich von einem Silo in einen anderen Silo verlinken. Wenn ich jetzt habe, ein Artikel über, einen Ernährungsartikel und in dem Content sagt man beispielsweise, das ist das beste Fitnessgerät, um abzunehmen, dann kann ich natürlich in den anderen Silo Fitness eventuell mit einem perfekten Ankertext rüberlinken. Passt. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt von den Content Silos, und zwar Isolation intern verlinken, aber wo? Weil das ist natürlich, haben wir eh schon drüber geredet, nicht jeder Link ist auf einer Seite, ist gleich viel wert. Hauptnavigation Links sind natürlich super viel wert, Links aus meinen Primary Contents sind voll viel wert, dann wird es schon weniger wert, wenn man aus den Related Posts verlinkt, weil die sind ganz unten. Und ganz wenig Wert wird es dann aus der Sidebar und im Footer habe ich da gar nicht gelistet, weil Footerlinks sowieso wertlos sind. Und das ist eigentlich so, wie ihr es das priorisieren solltet. Je nachdem, wie wichtig euch das ist für die interne Verlinkung, also wie wichtig die Seite ist zum Ranken, würde ich früher aus dem Primary Content verlinken, weil dann wird viel mehr Choose gepasst. Wenn ich jetzt das Ganze angehe, das ganze Thema Content Silos, bei einer neuen Seite, dann bedenke ich das natürlich schon bei der Content Recherche. Was da hilft, ist, wenn ihr die Keyword-Recherche in Ahrefs macht, macht es dann, schlag euch Ahrefs immer ein Parent Keyword vor. Das heißt, das hilft euch schon ein bisschen dabei. Das würde jetzt zum Beispiel, das Keyword ist gesund abnehmen, Frühstück, dann würde es sagen, hey, der Parent von dem ist gesund abnehmen. Und so hilft es euch schon ein bisschen mehr, in Silos zu denken. Das ist ein super Feature, ist auch das beste Keyword-Recherche-Tool meiner Meinung nach. Dann, wenn ich das bei der Keyword-Recherche mache, würde ich es gleich auf Papier zeichnen oder mit Mindmeister visualisieren. Das ist so ein Mindmapping-Tool, was es gratis im Internet gibt. Es gibt auch eine Premium-Version, aber es braucht keinen Menschen nicht. Und wenn man jetzt ein kleines Projekt startet, sagen wir mal, wir sind ein Affiliate, dann kann ich durch diese Methode anfangen mit einem kleinen Projekt, sagen wir mal, über Palio. Ich mache eine Seite über Palio und nehme einen relativ generischen Namen, dazu. Und dann kann ich immer mehr Silos dazu bauen. Also ich fange natürlich mit dem größten Silo an und dann baue ich mehr Silos dazu. Und das macht halt zum Beispiel Affiliate-Marketing viel skalierbarer wie normal. Weil, wie Sie sehen, was jetzt gerade in Deutschland, der Trend ist, alle sind eine Oh mein Gott, Nischenseite. Oh mein Gott, die Idee haben die Amerikaner zwar schon in 2007 gehabt, aber der Content wird jetzt halt gerade in Deutschland neu verkauft. Die Nischenseite ist okay, aber nicht mehr in 2018, weil ich will ja, wenn ich schon links auf der Seite aufbaue, will ich ja ein langfristiges Wachstum und das geht nur, wenn ich immer wieder mehr Silos dazu baue. Das heißt, wenn ich jetzt, ich starte mit Palio und letzten Endes will ich aber auch eine große Gesundheitsseite werden, die was ganz viele Themen abdeckt. Und ich brauche die Nischenseiten nicht mehr, wenn ich in Silos die Seiten baue. Weil, wieso funktionieren Nischenseiten so gut? Naja, weil sie halt klein und super engmaschig, super hohe Relevanz haben. Aber wenn ich Siloing mache, dann ist es so, als ob ich einfach mehrere Nischenseiten in einer Seite habe und dann ist alles wunderbar. Das ist eben auch ein klassisches Beispiel ist edler Zwirn mit den Wollsorten. Kaschmir eigene Nische, Alpaka eigene Nische, Merino eigene Nische, bla bla bla. Und du fangst mit dem größten Silo an, ist in dem Fall Kaschmir und baust deine anderen Silos immer mehr dazu. Jetzt fällt uns nichts mehr ein, weil so viele Tiere, die was tolle Wolle hergeben, gibt es leider nicht. Aber ja, leider. Plugins, was ich da wahnsinnig gern dazu mag, um das zu realisieren, in WordPress, ich rede eh immer über WordPress, ist Ultimate Post Widget, da kannst du relativ gut konfigurieren, was intern verlinkt wird. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich sage jetzt als Beispiel, du hast einen Blogbeitrag, dann kannst du in dem Ultimate Post Widget sagen, hey, ich will nur Related Posts zu dem, das heißt, ich kann auch Related Posts in der Seite haben und habe dann diese horizontale Verlinkung. Oder Widget Logic, wo ich steuern kann, dass zum Beispiel, wenn die und die Seite mit der ID angezeigt wird, wird das und das Widget angezeigt. Kann ich wieder, nicht so wie bei den meisten Seiten, immer die gleiche Seite, bla 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 bla, und was passiert, wenn ich immer das gleiche Element habe, das heißt, ich habe ein Primary Content, und alles wiederholt sich, alles, was sich wiederholt, ignoriert Google. Wenn ich das aber individualisiere, fangen Google an, das auch als Primary Content zu erzählen, weil es ja etwas ist, was sich nicht wiederholt. Es ist nicht ein wiederholender Textbaustein. Ja, und das haben wir schon besprochen. Dann der letzte Part von, wenn man jetzt für eine neue Webseite eine Content-Strategie macht, wir haben jetzt all unsere Keywords abgedeckt mit unserer Silo-Struktur, und damit ist es aber nicht abgeschlossen. Weißt du, ich vernachlässige jetzt alles, was eh logisch ist. Es braucht so ein Kontaktformular, es braucht so ein Impressum, es braucht so einen Datenschutz, was auch immer. Das vernachlässigen wir jetzt alles, weil das für mich trivial ist. Aber den zweiten Content-Typ, den ich brauche, neben Keyword-Abdeckung, sind Linkable Assets, also Sachen, die entweder leicht von dir verlinkt werden können, oder die, was natürlich Links generieren. Und der Startpunkt ist da immer, wie hat die Konkurrenz ihre Links gewonnen? Und da ist voll, das ist meiner Meinung nach einer von den coolsten Linkbaits gewesen, was ich jemals gesehen habe, war von Akkulein, langweiligste Branche, was ich mir vorstellen kann, Seam einen Online-Shop für Akkus. Und da denke ich mir so, boah, da bist du gestraft als Seam, weil was machst du mit einem Shop, der was Akkus verkauft? Weil, was machst du jetzt für Content-Marketing? Und was sie gemacht haben, sie haben auf ihrer Seite ein Tool, ein Notebook-Akku-Test-Tool, nämlich, wie gut ist noch mein Notebook-Akku? Das heißt, wie viel Prozent kann der wirklich nur aufladen und was ist die echte Akkulaufzeit? Und bla 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 bla. Haben sie das Test-Tool gemacht und haben Links gekriegt von Chip.de, große Zeitungen, Computerbild und so weiter. Die haben nie wieder Links aufbauen müssen, einfach durch das, was sie da gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, keine Ahnung, wie schwierig so etwas zu machen ist. Auf jeden Fall, solche Mini-Sachen gehört dazu heutzutage. Aber, ja, das haben manche Leute schon damals gemacht und wir haben auch so einen anderen Kunden von uns, das ist sowieso das Brillanteste, ich verrate jetzt keine Namen, aber der hat ein Website, ein Affiliate-Projekt, da geht es um Mobiltelefone und um Abos, also einfach, dass du einen Vertrag abschließt und er hat Linkbaits gemacht und so was er gemacht hat ist, er hat auf seiner Webseite Sachen publiziert, wie zum Beispiel, bevor es das iPhone 8 publiziert worden ist, hat er gesagt, hey, er hat sich in 3D entwickeln lassen, wie schaut wahrscheinlich das iPhone 8 basierend auf das, was schon an Daten rausgedrungen ist, wie schaut es wahrscheinlich aus, hat sich das 3D rendern lassen, das auf seiner Webseite publiziert, dann mit Zeitungen kommuniziert, explodiert. Also, Ger und ich haben mir gesagt, der hat genau einmal in seinem Leben Linkaufbau betrieben und damit war die Sache gegessen. Ist natürlich schwierig zu machen, erfordert unglaublich viel Glück, aber funktioniert auch dementsprechend gut. Ja, dann was wir halt klassisch machen, weil wir brauchen einfach Methoden, die was immer halbwegs gut funktionieren und wo ich halt nachhaltig Links aufbauen kann, nicht so wie bei einem, wo es halt und da nie wieder Links war, sind Infografiken und da zeige ich euch dann einen speziellen Ansatz, weil klassische Infografiken oder klassischer Ansatz funktioniert überhaupt nicht mehr, sogar nicht mehr in Deutschland und Deutschland ist tausend Millionen Jahre hinten oder deutschsprachiger Raum. Was super ist, sind visuelle Assets, zum Beispiel von Moss gibt es da ein SEO-Sheet für Developer und da haben sie ein PDF gemacht, wo sie alles damit diskutieren können mit SEOs, weil oft dieses Battle Developer gegen SEOs und sie haben ein Cheat-Sheet gemacht, wo Developer sich, damit die SEOs nicht irgendeinen Scheiß erzählen können, haben sie so ein Cheat-Sheet gemacht, brillant einfach, hat voll gut funktioniert, super Linkbait, weil einfach viel Leute, oder viel Devs haben sich gesehen, haben sich auf Moss informiert über SEO und dann haben sich gedacht, hey, das ist eine gute Zielgruppe, um Links zu kriegen, weil die haben oft auch eigene Webseiten und das funktioniert sicher super. Dann Mini-Tools, das war ich schon eigentlich mein erstes Beispiel, aber zum Beispiel, das könnt ihr euch anschauen, Shared Count von Shared Tally, oder nein, das zeige ich eigentlich sowieso jetzt gleich danach noch. Was das ist, du kannst deine URL da reinkopieren von deiner Website und sie sagen da, wie viele Pins hast du und wie viele Likes und wie viele LinkedIn-Shares und was auch immer und das ist so ein Mini-Tool, was für natürlich einen Tool-Anbieter kostet sie das nichts, sie verlieren dadurch nicht echt große Kunden, aber es ist etwas, was typischerweise natürlich in jedem Blog-Beitrag, wo jemand schreibt, hey, wie kann ich das schnell überprüfen, werden sie verlinkt, weil es kostenlos ist. Also kostenlose Mini-Tools, meistens können es nämlich einfach so extrem dämliche Sachen sein, die was unglaublich gut funktionieren. Ich kann mich erinnern, in 2009 hat es angeben, der hat einen BMI-Rechner, als Sidebar-Widget für WordPress gemacht. Oh mein Gott, du musst einen Doktor in Informatik haben, damit du das machen kannst und hat über das, er hat das Widget gemacht und in dem Widget war halt dann Powered by bla 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 voll viel Abnehm-Links generiert. Das sind einfach so lustige Ansätze, wo du halt Linkaufbau automatisieren kannst und was du einfach bedenken musst bei deinem Content, bei der Content-Strategie. Dann Case Studies, das versuchen wir gerade, das Problem ist halt, es ist wahnsinnig aufwendig, egal in was für einer Nische du bist und was halt für uns extrem gut funktioniert und was auch bei den zwei Beispiele vom Anfang gut funktioniert, der leichteste, das leichteste Linkable Asset auf deiner Website, was du jemals haben kannst, ist ein Video. Und das wird nicht so bleiben, weil jetzt ist jeder noch so, oh mein Gott, in dem Content, drin oder so etwas. Und deswegen, das muss man jetzt machen oder man macht es, man macht es später und dann ist nicht mehr so wirkungsvoll. Weil es ist eh immer so, die, die jetzt groß sind, haben ja meistens irgendeine lustige Taktik vor zehn Jahren gemacht und sind so groß geworden. Das ist eben die Cheat Sheet von Moss für Developer. Finde ich super witzig, weil da steht einfach, die wichtigsten Sachen stehen da drin und damit einfach, wenn irgendeine die SEO-Abteilung mit einer Ritter mit sie sich nichts gefallen lassen, weil dann sagen sie einfach, ja, aber müssen die URLs nicht human readable sein. Genau. Und das ist das von ShareTally. Das ist einfach so ein Tool, wo du prüfen kannst, hey, wie viele Pinterest-Pins habe ich, wie viele Buffer-Shares und so weiter. Genau. Und jetzt, was machen wir jetzt mit unserer Content-Strategie, wenn wir eine bestehende Webseite haben und wir wollen halbwegs in die Richtung Siloing gehen oder gute Webseiten-Struktur, gute Keyword-Abdeckung und so weiter. Naja, das ist unser Ablauf jetzt, wie wir das machen, wenn ein neuer Kunde zu uns kommt. Wir erstellen die Ist-Struktur fest, das heißt, wir crawlen die Seite und visualisieren dann, wie das ausschaut. Was man da machen kann, ist, du kannst mit Screaming Frog scrollen und dann gibt es so Mini-Visualisierung-Tools, wo du die interne Verlinkung visualisieren kannst und du die Seitenstruktur darstellen kannst. Das ist ganz cool. Und dann, der zweite Schritt ist, weil wir machen dann eine Keyword-Recherche natürlich für den Kunden und so weiter, dass wir sagen, hey, wenn wir die Seite neu machen würden und wenn wir jetzt ein Affiliate in der Nische wären, wie würden wir die Seitenstruktur aufziehen? Dann quatschen wir mit dem technischen Verantwortlichen und sagen, hey, das, was du da gemacht hast, das ist ganz nett, aber es gibt Optimierungspotenzial, wie weit, in wie weit können wir das verändern, wie sind eure Ressourcen und so weiter und so weiter. Und dann gilt es natürlich an den CEO ein Mapping zu erstellen, ein Redirect-Konzept und das ist eben das Beispiel, was ich gebracht habe vom Anfang mit einem Yoga-Blog, wo wir dem, was wir jetzt komprimieren, da musst du halt dann hart durchgreifen. Du sagst, hey, ich lösche ein oder zwei Drittel von den Beiträgen und führ es zusammen und dann werde ich halt teilweise Content neu schreiben müssen oder ich muss das irgendwie mergen und so weiter. Aber eben, wie wir am Anfang gesagt haben, heutzutage lohnt es sich wahnsinnig. Und das ist eben das Problem, wieso große Firmen das nicht machen können, weil mit 10.000 Seiten der Aufwand ist astronomisch, aber es dauert auch sicher acht bis zwölf Wochen, bis Google solche Redirects dann auch wirklich akzeptiert. Also ich habe jetzt so oft schon gesehen, du hast alles perfekt gemacht bei einem Relaunch, jeder Redirect ist perfekt. Du hast 50 Stunden noch in die Redirects gestellt, du relauncht, alles explodiert und es geht wirklich so und du brauchst dann einfach acht Wochen, bis Google wieder glücklich ist. Sie hassen einfach Relaunches. Also, ich weiß auch nicht, weil jedes Mal sagen sie, ja, nein, jetzt sind Relaunches besser, jetzt ist es okay. Es wird nie so sein, dass du relauncht und es bleibt einfach gleich, außer du machst wirklich nur minimale Veränderungen. Es ist traurig, aber wahr. Dann, damit ich natürlich aussieben kann, es liegt jetzt an, ob ihr das für euch macht oder ob ihr das für jemand anderen macht, aber das sind so Sachen, was ich zum bestehenden Content, was ich mir überlege. Ich habe ja meine Keyword-Recherche und dann frage ich mich zuerst einmal, mit dem Content, den wir haben, werden da alle bestehenden Keywords hinreichend abgedeckt? Das heißt, nicht nur, oh, ich habe zu jedem Keyword einen Artikel, sondern entspricht dieser Artikel auch der Suchintention. Dann, wie hat das Content-Peace, was da jetzt ist, wie hat das bisher performt, kann ich mir anschauen, wie viele Shares hat das, wie viele Links hat das, wie viel Traffic kriegt es monatlich, etc. Wenn es natürlich, und dann werdet es sehen, das ist so schön, ich habe das nämlich jetzt mal bei meinem Blog gemacht, du wirst sehen, du konntest 90% von deinen Blogbeiträgen einfach löschen und es hat keinen Einfluss auf das Ganze und so ist das, ja, glaube ich, bei den meisten Seiten. Und dann musst du die Frage stellen, ja, ich habe keinen Traffic, ich habe keine Shares, keine Links, keine Sauer interessiert sich für den Artikel, hat das Content bis eine Daseinsberechtigung, weil ich habe die Theorie, dass wenn deine Seite so ist, dass ein Großteil von Content nicht gelesen wird, ist das für Google ein Indikator, dass du ein Großteil von deiner Seite einfach scheißt. und ich glaube, dass wenn du das reduzierst, das ist jetzt wirklich so, deswegen sage ich, ich glaube, bla bla bla, ich glaube, wenn du die Sachen wegtust oder die überarbeitest und die veränderst, da ist so viel Potenzial drin. Das ist, das kann nicht sein, dass das Zufall ist, wenn wir das machen, dass das dann so passiert, aber das ist etwas, was ich glaube, wenn Content ist, der, was kein Traffic hat, das taugt Google überhaupt nicht. Dann ist das Content Piece aktuell und passt das noch in die aktuelle Strategie, weil voll oft und deswegen bin ich eben so gegen das ganze Thema Archive, viele Seiten haben einfach nachher so Content, der was einfach, der bringt keinen mehr, der passt nicht mehr zu einer Strategie, der ist nicht mehr aktuell, das ist einfach irgendwas. Dann bin ich heutzutage echt überzeugt, nicht so, oh mein Gott, nein, ich darf die URL nicht löschen, sondern entweder denken wir, hey, ich kann was Neues, Cooles unter dieser existierenden URL machen oder ich löse und redirecte. Einfach, da kann man jetzt wirklich hardcore reinfahren. Passt. Jetzt zu den Feinheiten bei einer bestehenden Webseite. Ich will immer, haben wir am Anfang schon gesagt, Content Menge reduzieren und die Seite komprimieren. Weniger, aber bessere Inhalte. Das heißt, lieber zu jedem Thema einen richtig geilen Beitrag, als wie ich das zum Beispiel bei meinen Affiliate-Projekten gemacht habe, so, ha ha ha, eigentlich konnte ich das mit 1.500 Wörter Beitrag abdecken, aber wir haben einfach 15, 300 Wörter Blogbeiträge zu dem Thema. Nein. Da macht man dann, lösch alle 15, schreib es neu, redirect es, fertig. Dann kann man eben, wie gesagt, die Variante ist dann, ich kann den Content jetzt merchen, aber wenn ich jetzt 15 Artikel habe, die zu merchen, wird er eher schwierig werden. Ich kann besser einen neuen Text schreiben. Und, wenn wir jetzt unser Ist und Soll haben, versuche ich einfach, die Struktur so nah wie möglich technisch so umzusetzen, dass sie an mein Ideal rankommen, weil ich einfach sehe, dass Seiten, die was relaunchen mit einer viel besseren Struktur, die einem einfach langfristig, weil es ist ja wurscht, dann habe ich halt einmal ein, zwei Monate oder drei Monate den Durchhänger, aber wenn ich dann so ein Wachstum erzahlen kann mit dieser neuen, skalierbaren Struktur, dann rechnet sich das ja immer, weil wahrscheinlich hätte ich das Level nie erreichen können mit meiner alten Struktur. Und da muss man einfach ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Und das Coole bei denen ist, für das alles brauche ich kein SEO sein, weil den Content machen Leute, die sich über Content ausgrennen, von Content wissen und die Redirects macht da einfach der Developer, weil Redirects kann jeder, also jeder Developer, das klingt jetzt voll so, Redirects kann jeder. Ich meine jetzt, jeder Developer kann Redirects und wenn du einem sagst, hey, das Thema gehört jetzt auf den Redirected, dann weiß er, was dann da ist. Ja, das Ganze ist sehr riskant, weil wenn du es falsch machst, geht es in Flammen ab, aber wenn du es richtig machst, dann lohnt es sich richtig. Passt. Und dann, wir haben unsere coole Silo-Struktur, wir haben unsere Linkable Assets, wir haben alle Keywords abgedeckt, alles voll super und Content is King, die Seite rankt jetzt auch selber. Nein, das haben wir ja jetzt leider schon gelernt, weil Content doch nicht der alleinige Herrscher ist. Wir wollen ja Traffic und letzten Endes, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten darin Sales wollen. Dazu brauchen wir zuerst einmal Rankings, wie kriegen wir die Rankings über Links, Mentions und Brand Searches. Wir wollen natürlich für unser Projekt ein gewisses Branding haben, einen Brand-Effekt. Dazu brauche ich Sichtbarkeit und ich will natürlich für mein Brand Autorität und Trust und das geschieht durch Content, der gelesen wird, wo ich als Experte dastehe. Und wie holen wir uns das? Ba-ba-m! Mit Facebook-Ads und mit anderen Sachen. Aber wieso als erstes Facebook-Ads? Ich bin voll überzeugt von Facebook-Ads, weil SEO ist cool, SEO ist super, aber SEO braucht Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt reden, wir haben eine neue Seite, wir haben eine gute Struktur und Facebook-Ads können SEO so pushen und da reden wir eh kurz drüber am Ende, nämlich was ich jetzt bei meiner Seite so gut funktioniert. Du machst super cooles Content-Piece, du testest irgendwelche Sachen und machst es wirklich unglaublich cool mit Videos, bla bla bla. Und dann promotest du das für 15 Euro auf Facebook mit Video-Ads durch das, dass das so viele Leute sehen und vor allem, wenn du die richtige Zielgruppe targetest, kriegst du so viele Links, so viele Links kriegst du gar nicht aufbauen. Weil einfach so, ganz normal, das wird natürlich, das attractet einfach, wenn Leute das sehen in so einem ungefährlichen Kontext und du machst die Linkable Assets ja absolut nicht kommerziell. wenn du eine Zielgruppe hast, wo Blogger dabei sind und du hast ja in jeder Branche, wenn du jetzt Fashion bist, dann targetst du halt mit Facebook-Ads nach bestimmten Metriken, hey, das dürften Fashion-Bloggerinnen sein und die sind alle, keine Ahnung, geil auf das und das und dann mache ich meine Content-Piece genau so, weil das Content-Piece hat nur ein Ziel, in dem Fall, wenn ich ein Linkable Asset mache, nämlich Links zu generieren. Das heißt, ich kann es genau so machen, dass wenn ich mir denke so, hm, wenn ich mir anschaue, wo die ganzen hinlinken, dann ist die Linken immer typisch auf so einen Content und dann mache ich halt genau so einen Content und trick sie so rein, dass sie dorthin verlinken. Das klingt voll gemein. Naja, und Facebook-Ads haben halt den Vorteil, ich kann eine bisher unerreichte Zielgruppe, deswegen ergänze ich es gut mit CEO, weil bei CEO habe ich Leute, die suchen nach etwas Bestimmten und bei Facebook kann ich Leute gewissermaßen targeten und sie auf irgendwas aufmerksam machen. Also irgendwas, was cool ist. Ich kann gewissermaßen Want kreieren versus bei Searches, ich kann nicht Nachfrage, wenn keine Nachfrage da ist, bringt mir die CEO nichts. Aber mit Facebook-Ads kann ich Nachfrage schaffen. Und das ist deswegen zusammen genial. Uns ist es im Moment noch relativ günstig. und das Einstiegslevel ist, ich schätze mal, jeder da drin hat schon mal eine Facebook-Ad gemacht. Du musst jetzt nicht ein Rocket Scientist sein, damit du eine Facebook-Ad machst. Also viel einfacher geht es nicht. Das ist natürlich auch das Problem, weil langfristig wird es natürlich das Gleiche passieren wie bei AdWords, nämlich, dass die Klickpreise so hoch sind, dass du erst einmal schauen musst, dass es sich rechnet. Aber das haben wir jetzt nicht. Und deswegen super Tipp, einfach auch macht Content, der nur darauf aus ist, zum Beispiel Leute Brand auf Facebook zu bilden. Und macht nur Content, der was nur darauf ausgelegt ist, Links über Facebook zu genennen. Und macht Content, der was nur darauf ausgelegt ist, über Facebook-Ads zu machen. Also was zum Beispiel bei uns gut funktioniert hat, war, wir haben für Ela Zwirn einen Beitrag gemacht mit die Wollschaltrends 2017 zu Weihnachten und sowas ähnliches. Und das funktioniert natürlich auf Facebook unglaublich gut. Das hat super funktioniert. Und das sind so kleine Tricks, wo du die ja absetzen kannst von der Konkurrenz. Dann Infografiken. Infografiken. Wir haben es immer so gemacht, wir machen Infografik und dann versuchen wir sie an einen Mann zu bringen. Und jetzt machen wir es genau umgekehrt. Wir schauen uns zuerst an, hey, zu dem Thema gibt es 50 Artikel, die was genau über das schreiben und wo die Infografik jetzt theoretisch noch Platz hat. Und entwickeln dann basierend auf dem genau die Infografik. Nämlich, wir machen die Infografik so, dass wir uns denken, das müssen sie publizieren. Das ist so geil und das passt so gut zu einer Seite dazu. Das müssen sie machen. Das geht natürlich nur für große Themen, weil sonst habe ich zu wenig Link-Targets oder Infografik-Targets, denen ich sagen kann, hey, schau, ich habe die coole Infografik gemacht und du brauchst nur die Quelle zu verlinken. Nichts anderes, gratis. Einfach nur die Quelle verlinken. Ja, und das funktioniert besser. Wie gesagt, Infografiken funktionieren leider nicht mehr so, wie es früher mal war, aber das ist zumindest eine Taktik, die was man machen kann und dann, wenn man da wieder den Ansatz fährt, du machst ein Cornerstone Content Piece über Rückenschmerzen, sagen wir mal als Beispiel und ich mache auch Infografik basierend zu Rückenschmerzen, dann kann ich schauen und ich publiziere auf der Seite über Rückenschmerzen publiziere ich auch die Infografik, dann kann ich genau die Situation schaffen und dort links hinziehen und mit interner Verlinkung kann ich dann immer den Juice verteilen, wo ich es will, weil es ist einfach so schwierig und das wird eh jeder wissen, wenn du einen Online-Shop hast, Links auf die Kategorien-Seiten kriegen, wer verlinkt auf eine Kategorien-Seite, außer du kaufst den, wird das niemand machen, also niemand, außer in einem Forum, in einem Forum basiert, also aus vorne, ist die gute Frage, nicht was auch immer, das passiert hier und da, aber sonst kriegst du nie Links auf Kategorien-Seiten, außer die Blogger sind bestechlich und du kaufst die Links. Gastartikel, ein Thema, worüber wir schon oft geredet haben, aber was einfach Teil von jeder Content-Strategie sein sollte, wir reden wieder darüber, wir publizieren ein ultimatives Content-Piece, irgendein Informational, was nicht Commercial ist, wirklich nur Information und haben wir uns rund um das Thema, haben wir uns jetzt andere Sub-Themen überlegt oder feine Themen und jetzt machen wir Outreach und versuchen für das Cornerstone-Content-Piece voll die relevanten Links zu holen, weil es kann sein, mein Hauptthema ist, was für Arten von Rückenschmerzen gibt es, sagen wir mal, ist mein Cornerstone-Content und damit will ich für Rückenschmerzen ranken und ich habe mir jetzt Themen überlegt für unterschiedliche Zielgruppen wie zum Beispiel Rückenschmerzen durch zu lange sitzen und da wende ich mich an Technologie-Blocks, weil die alle ITler haben alle Probleme im Rücken und dann habe ich Rückenschmerzen nach dem Liegen und da schreibe ich Seiten an, wo es um Schlaf und blalalalalala geht und so mache ich mein Outreach super relevant und habe trotzdem, obwohl ich so ein Mini-Thema habe, habe ich ja voll viele Zielgruppen, weil Rückenschmerzen kriegst du aus so viele unterschiedliche Sichtweisen und hast so viele unterschiedliche Webseiten, die du da anschreiben kannst und endlich Potenzial, weil sonst das Schwierigste ist beim Outreach und wir wissen das besser als wir alle anderen, jetzt mal Zielseiten zu recherchieren zu einem Kunden, den du seit drei Jahren hast. Viel Spaß, wenn du da nicht so Twists überlegst, das wird richtig, richtig schwierig. Dann der letzte Punkt von Content Promotion und das ist halt ein Oldschool-Ansatz und den, was Whitehead-CEOs jetzt absolut nicht begrüßen werden und das sind RSS-Verzeichnisse. Es gibt mittlerweile im deutschsprachigen Raum nur noch 20 Stück, oder? 20 Stück gibt es noch. Wir verwenden die immer noch und der Trick ist sehr simpel, ich mache meine WordPress-Seite jetzt zum Beispiel meine Webseite nur mit Seiten, dann habe ich zum Beispiel kein RSS-Feed, aber dafür gibt es RSS-Includes-Pages und damit ist es ein Plugin, da sind dann Pages ein, ein RSS-Feed und das ist, was wir bei unseren Affiliate-Projekten immer machen. Bam, wir tragen uns in die wichtigsten RSS-Verzeichnungen ein und wenn wir jetzt eine neue Seite haben, dann launchen wir gleich jeder von unseren letzten Content-Pieces, jeder von den Artikeln hat dann 10 bis 15 Links von den RSS-Verzeichnissen und das ist so, wenn du in kleinen Nischen bist, also wir haben jetzt auf der Website habe ich glaube ich eh über das geschrieben, wir haben so einen kleinen Immobilienmakler gehabt, der verkauft oder es ist ein Vermittlungsportal für Bauernhöfe, Reiterhöfe, alles so spezielles Zeug, aber das ist extrem für Volumen, also die Kiosk haben alle so 10 bis 15.000 Searches und wir haben gewissermaßen nur mit Blog-Verzeichnissen die ganzen klassischen Verzeichnisse links über die, was wir eh schon immer geredet haben, von 200 Besucher im Monat auf jetzt mittlerweile glaube ich schon 8.000 Besucher oder so und es ist so, der ist nicht einmal ein laufender Kunde für uns, sondern es war so ein paar Stunden Aufwand für uns, bam, voll skaliert, das heißt, ja, jeder wird dann sagen, na und das Verzeichnis werden wir angestraft und so weiter, wir machen Undauerns von Shit und uns passiert nie was, dementsprechend was immer gefährlich ist und wann es halt gefährlich wird, ist Ankertextüberoptimierung ist schlecht, sollte vermeiden und ich sollte jetzt so schäbige Blog-Netzwerke wie zum Beispiel Sape aus Russland oder so, solche Sachen muss vermeiden, weil solche Sachen werden immer aufgedeckt, weil es auf so einer großen Skala ist, da kann Google nicht sagen, hey, na, das ist alles okay, macht es nur weiter so, weil da einfach zu viel dranhängt, da hängt dann ihre Reputation dran, weil letztendlich das, was rankt, Google steht da mit, steht, ja, gibt sich die Blöße, wenn da was Falsches rankt, und, aber wenn es so, ich finde immer, alle machen viel zu brav, SEO, so kleine Sachen kann man sich auf jeden Fall leisten und da passiert, passiert einfach nichts. Und, wenn ich es jetzt anschaut, die, von Anfangs, Study Help und auch die Liebscherbracht, Liebscherbracht, heißen sie, die sind überhaupt nicht brav. Liebscherbracht, jetzt geht es auf die Website, seriöste Website, die, was ihr in keinem Leben gesehen habt, und dann schaut es euch einmal andere Taktiken an, also auch, nicht allein, so wie sie Titletags und Meta-Description optimieren, und so weiter, und denkt so, die sind ganz schön am Limit, aber mit Domain-Rating 61, dann kostet er das leisten. Passt, und jetzt zum Abschluss noch kurz unsere Key-Takeaways. Die Essenz vom heutigen Meetup, und zwar deckt deine Main-Keywords schnellstmöglich ab, das heißt, ich habe jetzt meine Keyword-Recherche gemacht, dann ist mein erster Task von Content-Seite, dass ich die Themen abdecke mit immer Content-Pieces, die genau die Suchintention hinter diesem Keyword abdecken. Ich mache nicht einen Blog, ich fange nicht an bloggen und mache irgendeinen Blödsinn, der nichts bringt, sondern ich schaue zuerst einmal, bam, ich habe den Content, ich habe meine Keywords abgedeckt. Dann, als zweites, damit ich mir unglaublich viel Linkaufbau spare, verwende ich Siloing, um einfach meinen Relevanzfluss zu optimieren und spare mir da lang, über viele Jahre wahrscheinlich hunderte von tausenden von Euros an Linkaufbaukosten. Einfach, weil meine Struktur besser ist. Dann schreibe ab jetzt nur noch Content-Pieces, die einen Zweck haben und natürlich kann ein Blog einen Zweck haben und jeder Blogbeitrag kann einen Zweck haben, aber den überlege mir vorher versus ich muss nachher mir überlegen, was der Zweck ist oder das irgendwie mir rationalisieren, der so, ja, den habe ich gemacht, weil ich so gerne einen Blogartikel schreibe. Passt. Ich überarbeite wichtige Seiten, die für wichtige Keywords zum Beispiel ranken, in regelmäßigen Abständen, je nachdem, was in der Branche angebracht ist. Jetzt, wenn man in der Ernährungsbranche, wir sind im Thema Ernährung, da ändert sich nicht extrem oft was. Versus, ich habe einen Artikel über irgendwelche Finanzsachen, ändert sich ständig was. Und so, das heißt, es gibt nicht einmal im Monat aktualisieren, sondern einfach was einfach der Hausverstand. Dann, neben dem, dass ich Keywords abdecke, schaue ich, dass ich linkable Assets habe, weil es ist oft wahnsinnig schwierig, auf kommerzielle Seiten Links aufzubauen und die sind wirklich der Weg zu schnellem Wachstum, das sehe ich jetzt auch wieder an den zwei Beispielen. Sachen, das können Mini-Tools sein, wenn ich die Skills habe, das kann irgendwas Visuelles sein, wenn ich die Skills habe. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein und da muss man ein bisschen kreativ werden, wobei man ganz ehrlich sein muss, schaut euch enke Nische im amerikanischen Markt an, schaut euch, was die für Tricks in die Richtung machen, kopiert das, weil in Deutschland, dass da jemand findet sich etwas herausragendes macht, wird nicht passieren. Dementsprechend schaut euch mehr, weil auch zum Beispiel Online-Shops, ich habe jetzt gerade ein Video gemacht über Online-Shops, wenn du die Online-Shops in Amerika anschaust, die sind ungefähr ein Lichtjahr von dem entfernt, wie wir da rumkrebsen. Wir haben zum Beispiel Zalando, Zalando ist ganz okay, aber alles andere, was bei uns ist, ist so, what the fuck, das hat sich nicht sehr verändert zwischen 2009 und 2018. Das ist relativ traurig, wenn ich mir anschaue, wie allein so Kleidungs-Online-Shops in Amerika anschauen, wie gut das gemacht ist, Wahnsinn, ist irre und überhaupt nicht. Also wenn ich mir anschaue, Otto, Bic und Kloppenboge, die sind jetzt alle, ähm, weißt du noch, Lodenfrei, die machen es alle, wenn du vergleichst, genau die Nischen schaust du an in Amerika und weißt du denken, wenn die auf dem amerikanischen Markt wären, dann könnten sie sich, dann würden sie nicht einmal in Top 100 ranken. Das, also schaut sich mehr solche Sachen an und zu guter Letzt, weil mir das so unglaublich wichtig ist, liebevoller Content, wieder referenziere ich die zwei Beispiele vom Anfang, rechnet sich immer und bei denen werdet ihr sehen, wenn ihr euch die Seiten anschaut, wenn ihr euch das Wachstum von denen anschaut, denkt ihr euch, boah, aber jetzt wird jeder Artikel, den ich publiziere, legendär, weil wenn sie das so rechnet, also ich meine so Traffic, weißt du, ha ha ha, ich bin lieb schon gebracht und habe 24.000 Besucher im Monat, neun Monate später habe ich eine halbe Million Besucher im Monat, nur Organic, das ist natürlich schon ein schönes Wachstum und sie haben es verdient, also sie machen es echt cool und CC Videos und so weiter. Passt, dann hoffe, es hat euch gefallen und Dankeschön. Applaus Vielen Dank.